Hallo zusammen, mein Name ist Sidi Stürmer, ich sitze hier mit Stefan Lanziedl und darf euch eine komplett neue Reihe vorstellen. Stefan Lanziedl, der größte NLP-Trainer in Deutschland mit mehr als 25 Standorten, hat eine Mission für sich. Und er sagt selbst NLP für alle, NLP muss raus in die Welt, NLP hat so schöne Techniken und Werkzeuge, die nicht nur wir nutzen, sondern auch noch viele weitere Personen nutzen sollten. Dementsprechend haben wir uns Gedanken gemacht, Stefan hatte die Idee, okay, NLP für alle, lasst es uns rausfragen. Und ja, ich habe die Ehre, darf ihn interviewen und einfach mal eure Fragen an Stefan Lanziedl stellen. Was ist NLP denn genau? Also für viele ist NLP einfach eine Methodensammlung, wie ein großer Werkzeugkoffer mit ganz, ganz vielen Werkzeugen zur Arbeit an seiner eigenen Persönlichkeit. Also wie kann ich mich verändern? Wie kann ich kreativer werden? Wie kann ich abnehmen? Wie kann ich das Rauchen aufhören? Wie kann ich meinen Zorn in den Griff bekommen? Was auch immer. Also alles, was ich persönlich verändern möchte. Und zum anderen gibt es ganz, ganz viele Methoden, die sich mit Kommunikation beschäftigen. Wie kann ich die Beziehung zu einem anderen Menschen verbessern? Da gibt es Fragetechniken, da gibt es Hypnose, da gibt es die Metaprogramme. Also eine ganze Reihe von Techniken und Methoden. Also das wäre Schritt 1, eine riesige Sammlung. Schritt Nummer 2, NLP ist entstanden aus dem Modeling heraus. Also aus dem, zu schauen, was machen die Besten in einem Gebiet anders als andere und was kann ich von denen lernen. Und so entwickelt sich NLP permanent weiter. Das heißt, du kannst in der Welt herumgehen und kannst schauen, was machen die besonders gut. Zum Beispiel ein Pärchen, was seit 30 Jahren glücklich zusammen ist. Was haben die für Strategien? Oder jemand, der sein Geld gut anlegen kann. Oder ein Top-Sportler. Wer auch immer, du kannst lernen von den besten Strategien auf der Welt. Und unsere Idee im Augenblick von NLP ist, wir haben ja auch dieses Programm, die Masterclass, ist, dass NLP eigentlich ein Meta-Ansatz ist. Also NLP hat nicht nur eine einzige Intone, sondern hat ganz, ganz viele verschiedene. Und man kann dort sehr schön lernen, wie funktioniert überhaupt Veränderung. Also NLP ist die Sprache der Veränderung und wir sind dabei sozusagen die DNA, also auf der kleinsten Substanz. Wie kann ich diese Veränderung gestalten in allen Bereichen? Und wir wollen da sehr, wir sind da sehr integrativ. Das heißt, wir schauen, was macht die Psychotherapie, die verschiedenen Schulen. Was machen andere Bereiche, die es auf dem freien Markt gibt. Wie können wir da diese Veränderung beschreiben und definieren mit NLP? Und einer unserer Trainer, der Jörg Friedrich in Bremen, der sagt sogar, NLP ist das Mittel der Menschwerdung. Das finde ich natürlich sehr spannend. Mit NLP mein Potenzial wirklich entfalten und wirklich mein menschliches Dasein hier optimieren, verbessern, bis hin zu dem Ganzen eine spirituelle Dimension zu geben. Okay. Wow. Sehr schön. Gut. Danke dir, Stefan. Gerne. Danke.